Musik 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 Die Britta ist da, Glasgeflüster Juchu Du hast doch bestimmt was zum Mittagessen dabei im Glas Musik Heute nicht Heute nicht Aber du hast doch verlassen, dass du normalerweise immer was dabei hast Ja, das ist ein schönen Salad in a jar oder sowas Aber heute leider nicht Und wie bringst du dann den Tag um? Also gehst du Mittagessen woanders? Nee, ich hab mir jetzt echt ein Brötchen geschmiert Aber normalerweise, ich hab hier gestern bei diesem Burrito Wie heißen sie? Burrito Auf jeden Fall war es super lecker War super lecker Also Burrito draußen hier vor der Halle 3 sind so ein paar Fressstände unter anderem Burrito Genau, wie heißt der denn noch? Burrito, Burrito, ich weiß den Namen nicht mehr Ganz cooler Name war das Sehr lecker Wie oft haben wir in diesen 2 Minuten, 2 Sekunden schon Burrito gesagt? Ich weiß nicht, 20 Mal? Genau, genau Kannst du also empfehlen, draußen sich was zu essen zu besorgen? Auf jeden Fall, das kann man Und dann aber ganz schnell wieder rein, weil da draußen ist es kalt Okay, und wenn du jetzt was mitnehmen könntest Also sagen wir mal, wenn es kein Glas wäre Sondern vielleicht so ein Plastikstoff Also was würdest du mitnehmen? Was würdest du mitnehmen auf die Messe, was du vorher bei dir im Glas eingebaut hast? Ich glaube, also wenn das Glas nicht so schwer wäre Würde ich mir ein Salat im Glas machen Und würde unten das Dressing rein machen Und oben den Salat rüberschichten Und wenn man den dann essen möchte, braucht man ihn nur einmal umdrehen Und das Dressing darin verteilen Und dann kann man es nur mähen Ich finde, das ist der perfekte Mittagessen-Tipp Für die Firma ist das auf jeden Fall gut Genau, und das Rezept findet sich bei dir Noch nicht, aber vielleicht muss ich das noch mal Nach der Buchmesse Mach doch nach der Buchmesse ein Was nehme ich mit auf die Buchmesse Rezept? Das mache ich, beschlossen, für die nächste Buchmesse Genau, und guck bei Gasgefühl ist da einfach nochmal vorbei Ja, danke dir! Ich danke dir!